das ist aber schön hier so seid gegrüßt freunde und köttelbecken liebhaber ich bin unterwegs top secret ich muss die beine vertreten ich habe rückenschmerzen mir tut weh kann nicht mehr ich muss raus ich wollte sowieso mal was spezielles gucken eine spielwiese ok ok moment jetzt aber jetzt muss ich aber mal gucken irgendwas irgendwas gefällt mir da nicht sag jetzt nicht sag jetzt nicht das ding ist abwasserfrei ja schlechte nachricht obwohl ich weiß nicht in der hinsicht bin ich zwiegespalten ich muss mal gucken ich bin auch nicht der fachmann dafür aber ich bin aus einem anderen grund hier ja ich weiß nicht so recht ich muss es wissen ich muss mal auch kurz telefonieren ich melde mich gleich habe ich